Hallo zusammen bei Ready2Fly mit dem neuen Yo-Yo, dem Allround-Segler- und Einsteiger-Modell von Ready2Fly. Ein wirklich sehr einfach zu fliegendes Modell. Ich kann euch das gerade mal demonstrieren. Es ist ein klein bisschen böig. Zwar nicht extrem windig, aber ein bisschen böig. Ihr seht, das Modell lässt sich extrem präzise platzieren. Das heisst, es fliegt auch exakt da durch, wo ich es lenke. Extrem einfach zu fliegen. Also wenn ich die Knüppel loslasse, fliegt es auch einfach geradeaus weiter. Die Kurven, einmal kurz eingeleitet, kommen fast wie von alleine. Dass das Modell auch Power hat, kann ich euch gleich zeigen. Ich gebe einen Vollgas und ab geht die Post. Also ihr seht, ich kann auch dynamisch, auch auf engem Raum fliegen. Wenn es mal etwas zügiger sein soll, kein Problem. Gashebel einfach nach vorne und ab geht's. Der Jojo macht wirklich Spass. Lässt sich auch extrem langsam fliegen. Also für jeden Einsteiger ideal, da er sehr viel Zeit hat für etwaige Lenkkorrekturen. Ich zeige euch auch mal, wie schön das Modell gerade ausfliegt. Keine Korrektur. Jetzt driftet er langsam ab durch den Wind, bläst ihn weg. Kein Problem, ich habe ja genügend Zeit, um einzugreifen. Also ihr seht, ein wirklich sehr gemütliches Modell. Ein super Feierabendflieger. Oder auch für absolute Einsteiger extrem einfach zu handeln. Musik 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 Wie ihr seht, das Modell lässt sich sogar in der Hand landen. Das war jetzt das erste Mal, dass ich das probiert habe. Hat auf dem ersten Anlauf geklappt. Ich denke, das zeigt auch, wie gutmütig der Jojo fließt. Musik 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 Musik